Was geht ab Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit God of War Ragnarok. Letzte Episode haben wir den Zwergen Dümli getroffen. Der hat uns auch gesagt, wo Tür sich befindet. Jetzt werden wir aber erstmal uns um die Sache kümmern, wo Mimir einen Fehler gemacht hat, nämlich um diese Smoglager hier. Aber erstmal gucken wir mal, was Sindri zu sagen hat. Genau, der hat ja irgendwie gemeint, dass wir jetzt irgendeinen besseren Pursor... Boah, der gibt ja hier immer richtig gut. Nehmen wir den. Genau, herstellen. Perfekt. Den können wir gleich mal nehmen. Der haben nicht genügend Ressourspunkte, der würde auch ein bisschen Minus geben. Pass auf deine Rüstung auf, dann passt sie auf dich auf. So, hier gibt es noch irgendwas zum Verkaufen. Ich kann die Artefakte einfach mal verkaufen. Dann haben wir das auch erledigt und dann können wir zur nächsten Fabrik jetzt einfach fahren. Da ist auch auf jeden Fall was. Mal gucken, ob wir da irgendwann nochmal hinkommen. Ich glaube, wir müssen hier lang, das Gäber meistens sind. Da ist nämlich eine Kette, die da runterführt. Er hat sie belogen. Ich dachte, man könnte den töten. Ich weiß jetzt schon, dass hier irgendwas wahrscheinlich ist. Ich glaube, es muss die richtige Stelle sein. Ja. Ach, wusste ich doch. nicht nur einen kleinen knall ja also ich würde mal sagen die haben richtig scheiße gebaut die wirken mal lieber nicht auf nur wahrscheinlich erweckt erwachen die eh zum leben den boden durchbrechen wenn du eine stelle findest die hoch genug ist wir müssen den fahrstuhl wieder hochziehen ein bisschen richtig ganz hoch und dann sollte das funktionieren noch ein tiefer ich weiß nicht ob es funktionierte man mal einen tiefer so und nein geht heute gar nicht dran noch mal so jetzt aber ne reicht noch nicht ok hier geht es auch nochmal lang ein bisschen hacksilber sammeln ist immer gut hätte er ja atrios kann zwar was machen was steht denn hier beeindruckt was steht denn hier gaolin zerquetscherin der scheusale hat ja ein nest mit 20 getötet eine legende oder prallerei ich wünschte diese karolin wäre hier und uns ihre strategie zu erraten kratz das sollte helfen müssen wir jetzt hier zurück klettern erstmal gehen wir hier okay durch das wasser mit anscheinend wirklich einmal zurück ja sicher ist sicher machen wir es mal lieber kaputt bevor die noch um die ecke kommen so und einmal klettert stimmt schwer war es jetzt nicht unbedingt war halt nur war klar dass jetzt kommt ich werde aber nein ich schon wieder diese fischer ich hasse du kannst dich auch nicht so das ging einigermaßen schnell muss ich sagen wenn ihr noch ein bisschen mit und schneiden das mal kaputt und löschen das mal es wird in der maschine nicht mehr von nutzen sein aber vielleicht können was Hier muss man doch irgendwie noch zu dieser... Was über habe ich noch? Es ist egal, um die... Den haben wir jetzt keinen Bock, die ganze Zeit zu suchen, bis wir um die an die Kette kommen. Ich habe gedacht, wir kommen da einfach easy hin, aber... Es geht auch safe von anders. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Wo geht es denn hier lang? Müssen wir hier lang? Ich glaube... Wollen wir erstmal kaputt. Ich finde die Welt hier echt schön, muss man wirklich sagen. Haben sie echt schön gemacht. Wollen wir rausfinden müssen. So... Richte den Rauch, sie ist noch eine Bergbaumaschine. Du sprichst mit Scham über deine Taten. Bereust du, dass du Udi nicht erlaubt hast, sie zu töten? Ja, Sir. Ich wollte eigentlich nicht die Axt haben. Weil die ist nicht so wirksam gegen die Dinger. Und dann was? Ihre neu gebauten Schmieden vergifteten den Boden Svartalf Sames. Da sie keine eigene Nahrung anbauen konnten, mussten sie aus Asgard kaufen. Das nennt man dann... Wohl clever von den Asgardianern. Da hat man die Zwerge in ne schöne... Situation gebracht. Entweder ihr macht das für uns oder ihr verhungert. Das ist ja noch was. Nö. Truhe! Das war... Das war... Wir sollten die andere Hälfte des Samens suchen. Wenn er wieder ganz ist, sehen wir, wohin er führt. Das war doch kein Spaß, alter Junge. Das war absolut nervig, das zu machen. Wirklich. Wirklich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gegner ich töten musste. Bis ich diesen Gefallen eingelöst hatte, das war wirklich nicht klar. Ich hab das gemacht, glaube ich. Mit der Story war ich schon durch. Aber trotz alledem, das war mega schwierig. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass man das innerhalb von... Okay. Was bringt uns das jetzt hier? Nichts wirklich. Wir müssten die Ahnung, ne? Die Axt. Und dann. Ah, nochmal. Jetzt. Und. Diese Viecher, sie nerven. Aber sonst nur die kleinen sind, das ist ja nicht so schlimm. Gibt mir mal die Axt. Und... Bomm! Ups. Jetzt. Und meine Truhe. Immer wichtig, sowas mitzunehmen. Da will ich eh nochmal Gegner bekommen. Okay. Oh, nooo. Oh, nooo. Uuu, was denn das? Okay. Du willst es auf die Art. Ich geb's dir auf die Art. Du willst es auf die Art. Okay, der geht mir. Achtung, rechte Seite. Ja, aber gut. Ey, der spuckt ja alles. Ab dafür. No. Meine Güte. Also ich finde persönlich, da kann man ja sagen, was man will. Ich weiß jetzt nicht, wie das andere Menschen sehen, die das Spiel spielen. Ich finde ja prinzipiell die Gegner schon sehr, sehr, also ich finde stärker als letztes Mal. So. Das ist getan. Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben. Aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh. Und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Die Zwerge würden das sicher ganz anders machen. Das bringt nichts in Ordnung. Nein, aber es ist ein Anfang. Zur Erinnerung, die Svartalfame-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sinderie von großen Nutzen sein. Da hat er nicht Unrecht. Also, in dem Fall Mimia und davor gratis on. Nicht, also ich meine, wir haben das ja zumindest ein bisschen gut gemacht. Klar, man kann jetzt nicht alles. Von jetzt auf gleich ändern. Wenn das so wäre, wäre es easy going. Achso, ich brauche dich auch noch mal einen Kran. So. Getroffen habe ich eigentlich, aber gut. Heps. Jetzt gucke ich mal auf die Map. Ich wollte auf die Map gucken. Ja, gut. Wir kommen ja im Moment eh nicht nach den Muskel heim. Wahrscheinlich finden wir das andere Ding. Ich weiß, hier ist ein Rabe, aber ich kann ihn ja nicht abwerfen. Und solange er da hinten irgendwo rumgammelt, ist mir der jetzt auch ein bisschen rölle. So. Ich glaube, wir mussten hier anlegen. Und dann konnten wir ja durch die andere Seite durch. Mann, bist du hässlich. Weißt du was? Du bist mega hässlich. Aber wenigstens war es zu hilfreich. Okay. Okay, das sind keine lieben Artgenossen. Ach du sch... Gehen, 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 jawoll. Hinter dir! Komm her! Ich... Ich hab echt keinen Bock mehr auf euch. Was heißt immer hinter mir? Ich seh nichts hinter mir. Wohohoho! Kann ich da auch? Ja wohl. Da kommen ja immer mehr. Junge, ein Dreh aus. Jawollski. Letzter Gegner. Cool. Bam. Zusammen. Sehr gut. Viele Gegner, ein Massengrab. Ab. Ab. Ich gebe mal hier mit ein bisschen Energie tanken. Und mir hier ne Truhe gönnen. Und reinkrapschen natürlich in die Gruhe. Rein da mit dem Plus nennen. Und ein bisschen Rohleder und ein bisschen Hacksilber sich holen. Alles wichtig für unsere Reise. So, Atreos, mach mal auf. Der hätte uns auch ruhig vorwarten können, dass hier gefühlt halb Monsterhausen irgendwie rumgammelt. Also ich weiß nicht. Scheiß Zwerg. Wirklich. Was sind das hier? Bässchen fetzen. Sehr cool. Meins. So. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ne, geht nicht noch mal. Also ob das richtig? Ich frage mich das hier gerade wirklich, weil ich meine... hier geht es irgendwie nirgends wo lang, muss ich sagen. Aber mal machen wir das nochmal kaputt. Ich kann mal was das bringt. Das bringt gar nix. Cool. Na gut. Gehen wir hier durch. Weißt du, wenn man das große Tor nicht sieht, ne? Der Junge rennt auch einfach drauf los. Ungefähr. Ja, würde schon alles fit gehen. Wir könnten uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Ja. Nix übertrifft das. Ich weiß nicht. Was gibt's denn hier noch? Ich will mal gucken, was da hinten gibt. Wir fahren mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Also da hinten gibt's auf jeden Fall ein Tor. Hier war mal eine Brücke. Glaube ich zumindest. Würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass hier eine Brücke war. Sonst einfach mal gucken. Ah, ich wusste. Hier versteckt sich immer noch irgendwas. Sonja und Santa Monica sind ja jetzt nicht doof. Verstecken gerne Sachen. Deswegen hieß ein Grabstein. Oder was noch mal ist. Jutti, dann fahren wir mal mit der Zwergen... mit dem Zwergenzug. Alles einsteigen in den Zwergenzug. Alles einsteigen in den Zwergenzug. Heidnal. Diesen Namen will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen. Außer dir. Dürrlin. Er musste es gar nicht sagen. Es war ihm ins Gesicht geschrieben. Äh, und eingebrannt. In seinen Kopf. Wer hat das in Dürrlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Rodin. Ja. Und der Träger des Gianderhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Hm. Heimdall. Wir sind wohl da. Na los. Ob wir gegen den kämpfen müssen? Da ist noch ein Zug. Schauen wir, wie wir dort hinkommen. Na komm. Putt, putt, putt. Ach. Ach, scheiß drauf. Ich hasse die Sache. Vielleicht ist Tier zu finden unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar unbedingt verhindern. Sobald Tier frei ist und wieder Kriegsgott sein kann, Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das ein Krieg sein soll, dann kann er ihn haben. Herr Trio stellt sich das irgendwie so total einfach vor. Ich glaube nicht, dass es einfach so einfach ist, dass wir Tür einfach so sagen, hey, hast Bock auf Krieg? Oh ja, klar, natürlich, Bock auf Krieg? Natürlich. Ich glaube, das funktioniert nicht. Kommen wir später wieder. Weißt du, also ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob da Tür über, keine Ahnung. Ich meine, klar, er könnte natürlich auch Tür sagen, ey, warum nicht, jo. Hab Bock, ne? Aber... Ausgeschaltet aber ja. Wahrscheinlich eine von Bari, dem Zwerg, dem Erbauer der großen Halle Lir. Der Zwerg Bari baut sein ganzes Leben lang der großen Mähthalle, die als Lir bekannt ist. Ziegel für Ziegel, Stein für Stein, baut er sie so breit und hoch, wie er nur konnte, damit die Lieder und die Fröhlichkeit der Zwerge bis ans Ende der Zeit in ihren Mauern wiederhallen konnten. Er stand nur noch wenige Tage vor der Fertigstellung, als die Einerhaar eintrafen. Sie verlangten Lir, vorübergehend als Kaserne zu nutzen. In derselben Nacht steuerte der Zwerg Bari Steinkranaten gegen die Eckpfeiler seines Lebenswerks und brachte das ganze verdammte Ding innerhalb von weniger Stunden über sich zum Einsturz. Hm. Interessant. Hier ist ein Herz. Boah. Ne, da ist noch nicht ein Blick. Ich glaube, wir können die wirklich nicht kaputt machen, glaube ich. Hier? Ne. Schade. Ist das ein Drache? Seid bitte tot. Wow. Ist das ein Drecki? Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, er ist tot. Ja. Mause tot. Hey, ich frage mich. Patriots. Das ist wohl ein Drecki und... Boah tschü. Okay, der gibt ab. Der Schwanz! Achtung! Aber ehrlich, der Schwanz! Ey, ich geh auch oft ploppen, warum ploppt das Vieh nicht? Okay, du willst die ganze Pracht von Kratos, dann kriegst du die ganze Pracht von Kratos. So schnell kannst du nicht L1 drücken, wie der dich... Okay, ich will eigentlich... Oh, 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 oh. Okay, der ist drauf, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert, ich hab's... Aua! Ich brauch Energie und ich krieg die nicht! Ey, ich kann die nicht blocken, ne? Oh, 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 oh. Ich brauch mehr im Leben, der hier geht. Ist mein Problem grade. Uff! das muss für mich jetzt ein bisschen kehring sondern es geht gerade nicht wichtig wichtig und jetzt kann gratis ein das war ein super teamwork stecken sie das neue ruhenjuwiel in die kaos klang und zugriff ok kriegst du halt nie genug zeit das aufzuladen so hart das ist das problem na gut dann soll es das erst mal gewesen sein von dieser folge ich bedanke mich fürs zusehen jetzt haben wir auch ein dreck gesehen und ihn getötet beim nächsten mal geht es weiter vielen dank fürs zusehen und und tschüss